Wer Bioprodukte kauft, der möchte sich einfach mit seinem Essen, mit seinen Lebensmitteln, die er kauft, auseinandersetzen. Wenn jetzt ein Alnatura-Kunde hier zu mir ankommt, dann würde ich mich sehr gerne bei ihm bedanken. Je mehr Alnatura gekauft wird, desto höher wird dieser Fonds. Umso mehr Fördergelder können ausgeschüttet werden und ermöglichen dadurch Betriebe in Umstellung. Es muss einfach wieder umdenken kommen, dass man einfach mit der Natur lebt, dass wir die Natur brauchen, dass unsere Erde einfach länger am Leben bleibt.